Jo Leute, was geht da? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal und Leute, ihr seht schon im Hintergrund, Winterfest hat begonnen. Es gibt auf jeden Fall neue Aufträge, neue Gratis-Items, auf jeden Fall hier Winterfest-Aufträge, Aufträge anzeigen. Hier, so und dann hier Winterfest. Jeder Tag kommen auf jeden Fall Aufträge bis auf jeden Fall 12 oder wenn ihr wollt 10, dann kriegt ihr auf jeden Fall, wenn ihr 7 Aufträge gemacht habt, kriegt ihr auf jeden Fall diese Hangleiter und wenn ihr 10, dann kriegt ihr diesen Drücken, das war. Diesen Auftrag werde ich gleich in einem anderen Video machen, checkt ihn auf jeden Fall gerne ab. Und hier, wie gesagt, hier ist Winterfest, hier sind diesen Aufträge und ihr seht schon hier, so, zack, klicken auf die 1, wir öffnen das erste Geschenk. Also, willkommen, Tag 1 auf jeden Fall. Ich kann ein Geschenk öffnen, äh, was ich will. Oder? Okay, wähle mich. Äh, so. Ähm, soll ich das hier wählen? Ja, ich wähle mal das Größte. So, gut, tippen, schütteln. Wir machen mal schütteln. Okay. Okay, okay, jetzt öffnen wir. Ich bin geschlüttelt, klar. Was ist wohl hier drin? Schneeschaufel, eine Pickaxe, Leute. Untime PC-Gamer von Kaugelgummikerl. Oh, sieht ganz nice aus, wenn wir auf jeden Fall direkt ausrüsten. Hilfe, ich habe hier das geschenkt. Kann ich mehrere öffnen, Leute? Ich glaube, man kann nur eine, ne? Ah, erst am Schluss. Okay. Man kann nicht, äh, aber okay. Wie gesagt, Winterfestaufträge. Winter, äh, ist auf jeden Fall da. Ich glaube, äh, hier. Neue Waffe sind drin, diese Waffe, neue Item. Äh, so sieht es aus. Das war, glaube ich, schon lange drin. Aber auf jeden Fall, alles zu Winter. Das ist auf jeden Fall der Rücken. Das war, checkt gerne, wie gesagt, das Winterfestauftrag ab. Und, wie gesagt, ich hoffe, dir hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Das Glocke, die Scan-Wüte, das mal verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und ciao. Auf drei. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute.